hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von rimworld roboter ihr wollt mehr sehen um jetzt zu verpassen dann abonniert doch meinen kanal es ist fast alles fertig es fehlt bloß noch hier ein bisschen baugedöns essen bisschen schach spielen dann noch die küche und dann sind wir hier auch mal durch nach geht es einmal dran noch ein paar roboter weiterzubauen und dann haben wir uns langsam in den berg hinein bringt er jetzt das ganze holz jetzt hat es mal zum regen aufgehört gibt es zeug wenigstens nicht so schnell kaputt jawohl sehr schön ein traub aber noch zum exotischen händler was hat denn der schönes android assembly kit könnten wir sogar einkaufen ein auge bräuchten wir das wäre das wäre richtig edel ein auge ich hab nix die können noch rein und man die zwei raumschiffteile das machst du was so du transportierst weiter der tisch ist endlich fertig gut coole sache können sie wenigstens gemeinsam chillen und wenn ich essen der mal noch endlich weg eine hütze geschlafen was haben wir dann 28 ist meine budi 31 so wenn ich uns das jetzt wieder durchschnittlich die installieren die installieren haben wir noch zwei gute betten hier eins ist fertig ist eine das andere ist ein bisschen angeknackst aber das macht nix komodi gut ist auch komodi gut alles ja so der händler ist weg die installieren dann haben wir hier install die zwei betten rein dann kann er sich da unten weiter austoben pop minus 7 das passt schönes ding yes fehlt ja immer nur holz meine Güte sehr sehr gut sind sie jetzt dran mit den blöcken das passt da sind sie auch bald durch so ihr könnt noch die constructed kannst du auch nein kein Bauarbeiter Silvester Waffenhändler und ich so yes schlecht schlechten tag gab dafür yes dann läuft das hier so was haben wir als tausend macht den stuhl noch fertig die alles ist bär waffenhändler so was haben wir hier anti-mach-rifle brandgeschoss schwere maschinenpistole pf pf dog amowest so was aber bestimmt interessant gut wäre ja mmh ja hatte ich die schwere oder eine leichte nehm am liebsten ein sturmgewehr 23, 12, 3 23, 12, 3 0, 9 und 0, 5 0, 9 und 0, 5 Ja, ist ein bisschen schneller, aber Das kostet mir nicht Puh, 500 Eieiei, doch ein bisschen noch zu teuer für den Anfang Das ist jetzt nicht so der Hit Pop, weg Weg, weg, weg Patsch, und weg Ah, da kommt der angepäst Das machst du wieder füllen Sehr schön Papp Bettchen hier können noch weg Stören nur Ah, auch wieder nicht angeliefert Eieieiei Eine Besuchergruppe Das war der Waffenhändler So, da haben wir auch noch was für fix Coole Sache Können wir noch den Raum säubern Ist der auch wieder Up to date Oh Na, eine Mache Mechanoid Gleich Eieiei Eie Passt, hier können wir einen Handel Und was ich ganz vergessen habe War Oh, diverses Hier Ein Handelsplatz Damit da die Händler kommen Ui, ui Und zwar Können wir die Ja Das setzt mal da oben hin So, was gibst du uns? Du gibst uns gar nix Perkits kannst du uns geben, okay, aber Braucht man nix So, Feuerchen ist überall Oh, ah Da haben wir doch mal jemanden für eine Quest Sehr cool Sehr, sehr cool Gehen wir gleich hin Nicht, dass wir noch abdüsen So Grazing Ship Reactor Research Question Option Versteckte Gegenstände Prisoner Camp Was nehmen wir denn? Das ist ein bisschen brutal Das ist das Schiff, wo der KI-Kern gestartet worden ist Da müssen wir unseren Forscher hinschicken Das wird er sein Kriegen wir aber eine Forschung umsonst Versteckte Gegenstände A Prisoner Camp, das ist cool Versteckte Gegenstände Ah, Gegenstände Nehmen wir Cool Repair Kit 18 High Power 13 Tage Ah, schon sagt das Feindliche Außenposten von drei Feinden bewacht wird Jo, dann Holen wir den doch uns Aber ist noch eine Kniffte Ein oder zwei Zu zweit drauf gehen Einer muss im Lager bleiben Ah, sehr schön Guckt Direkt neben der Straße Und wie lange brauchen wir da hin? 0,6 Tage Pfff Deswegen liebe ich es Neben der Straße zu arbeiten Äh Brrr Zu bauen Entweder auf der Straße Oder neben der Straße Top So Ja, fix rein Uran haben sie uns da gelassen Geil Cool, cool, cool Next Handle exotische Güter Brrrrt Aufgaben Schlachtekreaturen für immer Yes Aufgaben Koche Vier Bei mir ist am liebsten Was brauchst du da Anskill Kochen Sechs Hat das keiner von uns Für immer Kochen 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 Latte Zwei Kochen Hat da eins Kochen Oh Verdammig Dann müssen wir es halt so machen Yes Kommen wir erst noch rüber Zum Händler exotischer Güter Was hat der denn Tutu Ein Kling Ja Glückmacher Es ist Gell Amor Betonskulptur Auch nichts Scheides Auch nichts scheides Das musst du doch noch fix helfen Tragen Wenn du mal wieder erwacht bist Ich kann später wieder pennen Nein Nicht kochen Arbeiten Machen wir es halt so Machen wir es halt so So Wann sie los Letztes mal Gut Kannst du wieder Dinge tun Baut weiter ab Genau Das ist gut Kommen wir her und siehe lieber nochmal an Produktion Da können wir einen bauen Oder mehrere Kannst du einen hinsetzen Das haben wir noch über 330 haben wir noch über So Dann Möbel Stillampe Kannst du mir hier eine rein Das passt Cool 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 Gucken wir mal Was denn einer kostet Uff Benötigt Uiuiui Okay Äh Copy bauen Machen wir das so Möbel Stuhl 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 Bam Ja Haben wir noch genug Machen wir noch genug Machst du chillen Sozial chillen Lass mal gut sein Ah Create Android Colonist Macht er das Macht er aus Die Stühle Wie lange braucht er eigentlich dafür Für einen Handwerk 6 275 Bin ich mal gespannt drauf Großhändler Das wird jetzt alles nach der Reihe erstmal fertig gemacht Du kannst zum Großhändler einmal schauen Hat er irgendwas Stoff Stahl Stahl Schiede Möbel Bett schlecht Normal Kann man erstmal annehmen Und dann Bau den Roboter doch Ha Cool 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 Uiuiui Halberm Arsch Jetzt darf er auch schon mal pennen Was machst du Du trägst Silvester Spieltus Eisen werfen Füllt den Generator Kann ich gerade unten Die paar noch einsammeln Bzzzup Bubububub Top Kann ich hier noch einsammeln Bzzzup Hier noch ansehen So Du darfst erwachen Ich schnapp dir von da drüben Bärchen Yes Mach dich hier noch an den Roboter ran Fix bist du da Oh das passt edel Supi 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 Immer noch schnell danach Hat der was Concrete Slabs Ja das bräuchten wir dann auch noch Ansonsten passt alles Der Robo man Bzzzt Was Oh nein Feuer So hier ran So hier ran Ein bewusstloser Flüchtling 26 altmenschlicher Computer Cool Was brauchen wir 0,9 Geil Lauter coole Quests Gut 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 Dann hat Diese Folge leider nicht mehr gereicht ganz Aber in der nächsten Folge ist der T1 Android eigentlich fertig Und Hier unten haben wir noch 10 Tage Zeit Für das Geheimversteck Für die High Power Arm Und Repair Kit 18 mal Für drei Gegner Hier oben Ein Computer aber unbekannt Das ist schlecht Aber das werden wir trotzdem hinkriegen Dann heißt es an dieser Stelle wieder Danke fürs Zusehen Und bis zum nächsten Mal Servus